Verdiene bis zu 1000 Euro oder sogar noch viel mehr innerhalb von 5 Minuten mit diesem genialen Bot, der dir die gesamte Arbeit abnimmt. Und mit den 5 Websites, wo du genau dieses Prinzip nutzen kannst. Und wenn der Bot dir nur 800 Wörter ganz automatisiert, ohne dass du was tun musst, schreibt und du für jedes einzelne Wort 1,25 Dollar bekommst, dann sind das 1000 Dollar, also knapp 1000 Euro, die du ohne jegliches Zutun einfach so verdienen kannst. Wie genau das funktioniert, erfährst du jetzt in diesem Video. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Heute mit einer weiteren genialen Geldidee. Als ich dieses Video 1000 Euro in 5 Minuten mit einem Bot veröffentlicht habe, wart ihr so begeistert, dass ihr mich gebeten habt, in Kommentaren, in der Community, auf Instagram und Co. weitere Plattformen, weitere Websites zu veröffentlichen, mit denen ihr diesen Bot verwenden könnt, um automatisiert, ohne eigenes Zutun, Online-Geld zu verdienen. Euer Wunsch ist mir befehlt, deswegen heute der zweite Teil dieses coolen Videos. Und ich fasse nochmal ganz, ganz kurz zusammen, damit ihr wisst, falls ihr dieses Video hier zum ersten Mal seht, worum es überhaupt geht und wie ihr jetzt auf 5 weiteren Plattformen quasi automatisiert mit einem einzigen Bot Geld im Internet verdienen könnt. Und das können sogar 1000 Euro oder noch viel, viel mehr sein, innerhalb weniger Minuten. Ansonsten schaut euch gerne auch den ersten Teil dieses Videos und dieser Methode an, habe ich unten in der Videobeschreibung nochmal für euch verlinkt. Und wo ihr gerade dabei seid, hin und her zu schauen und zu klicken, seid ihr so nett und lasst mir einen kurzen Like da für dieses Video und am besten sogar noch ein Abo, ganz ganz einfach rechts oben, oberhalb des roten Pfeils auf den Button klicken oder rechts unten auf den gelben Geldsack. Und wenn ihr dann auch die Glocke aktiviert und alle Benachrichtigungen einstellt, dann kriegt ihr automatisch eine Information, wenn es hier bei Geniale Geldideen zweimal in der Woche neue geniale Geldideen gibt. Und dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Das Prinzip ist ganz einfach. Ihr könnt quasi als freischaffender Texter oder Texterin bei unterschiedlichsten Magazinen, auch international, wie zum Beispiel bei Travel und Leisure, eure Artikel platzieren und veröffentlichen. Und dafür bekommt ihr Geld, teilweise bis zu einem oder zwei Dollar sogar pro Wort. Und wenn ihr schaut, dass diese Artikel, die hier veröffentlicht werden, normalerweise so zwischen 1000 und 1500 Wörter lang sind, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Geld das ist. Also locker 1000 Euro mit einem einzigen Text. Und das Besondere an dieser Methode, die ich euch jetzt vorstelle, ist, ein Bot nimmt euch die ganze Arbeit ab. Ihr müsst gar kein großartiges Englisch können und ihr müsst im Grunde noch nicht einmal selbst etwas schreiben. Und das Beste daran, ihr müsst auch gar kein Gewerbe dafür anmelden, denn ihr seid als freie Texter unterwegs, braucht kein Gewerbe dafür, müsst aber natürlich schon beim Finanzamt dann angeben, dass ihr einen sogenannten freien Beruf als freier Texter ausübt und natürlich dann auch Steuern bezahlen, wenn ihr mit dieser Methode Geld verdient. Das ist das Grundprinzip. Und der Bot, den ich euch jetzt vorstelle, nimmt euch die gesamte Arbeit ab. Und was erwartet euch außerdem in diesem Video? Insgesamt fünf solche Websites, die aktuell auf der Suche nach Freelancern sind, die eben interessante Artikel zu diesen Themen beisteuern. Und ich verspreche euch, diese Websites und diese Online- und Printmagazine, die hat euch noch kein YouTube-Kollege vorgestellt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Der Bot, der alles für euch tut, ist der sogenannte SpinBot. SpinBot ist eine kostenlose, KI-gesteuerte Software, die in der Lage ist, jeden beliebigen Text, der hier eingefügt wird, automatisiert in einen anderen Text zu verwandeln. Das heißt, die Geschichte an sich bleibt gleich, aber es ist ein völlig eigenständiger Text mit unterschiedlichen anderen Wörtern, also quasi paraphrasiert, wenn man so will. Und deswegen könnt ihr den sozusagen als euren eigenen Text vermarkten. Und was ihr im Grunde tun müsst, das ist die Strategie dahinter, ist ganz einfach, bei den einzelnen Magazinen, die ich euch vorstellen werde, zu schauen, was sind das für Inhalte, was für Texte werden denn da gewünscht. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel das Hakai Magazin. Das ist ein Magazin, das sich mit im Grunde dem Thema Wissenschaft beschäftigt, aber im Sinne von Coastal Science, also Wissenschaft, die irgendetwas mit den Küstenregionen zu tun hat. Und dann seht ihr, es geht da um Fabriken, die da irgendwie sind, um entsprechende Fischfang-Geschichten etc. Oder ganz einfach, um ein Job an der Küste, nämlich Sauna-Master zu sein. Also durchaus interessante, spannende Geschichten. Und wo findet ihr so etwas als Basistext? Denn ihr müsst nicht unbedingt alles selber schreiben, zum Beispiel bei Google. Das heißt, da würdet ihr dann so etwas eingeben, wie nur in diesem Beispiel Coastal Science, um herauszufinden, was für Themen trenden denn gerade, die ihr vielleicht diesem Magazin als Text anbieten könntet. Und das, was ihr dann noch machen müsstet, ist einmal auf News zu klicken und dann seht ihr, welche Neuigkeiten und interessanten Texte denn gerade hier trenden. Und zum Beispiel dieses hier, Satellites cast critical eye on coastal dead zones, also Satelliten werfen also ein kritisches Auge auf die Todeszonen an der Küste, aus Science Daily, vor einem Tag veröffentlicht. Wenn du also so einen Text als Thema pitchen, also vorstellen würdest, bei dem Hakai Magazin könnte das zum Beispiel ein sehr aussichtsreiches Thema sein. Du würdest also diesen Text einfach aufrufen, kannst durchlesen, ob das denn potenziell interessant ist und stimmt, kannst das Ganze einfach nur mal hier kopieren und dann in den Spinboard reinkopieren und wenn du dann auf Spin klickst, wird automatisch dieser Text innerhalb von Sekunden in einen neuen Text verwandelt. Und das ist super genial, super spannend und super praktisch und man kann das Original im Grunde kaum noch erkennen. Okay, dann kannst du diesen neuen Text hier mit einem Klick auf Copy Text in die Zwischenablage legen und dann zum Beispiel in ein Word-Dokument einfügen und ganz einfach erst mal zur Seite legen und abspeichern, denn du wirst nicht das gesamte Dokument, den gesamten Text hier vorstellen und sozusagen pitchen, sondern nur eine kurze Zusammenfassung. Alle weiteren Informationen findest du auch hier in den sogenannten Submission Guidelines. Das habe ich euch alles auch entsprechend verlinkt, wenn ihr diese Informationen haben möchtet. Und ihr seht, für einen Text zwischen 300 und 800 Wörtern gibt es 1,25, in diesem Fall kanadische Dollar pro Wort. Das heißt also, wenn du einen Text mit 800 Wörtern veröffentlichen würdest und so lange ist dieser Text, den wir jetzt gerade mal innerhalb von zwei Sekunden bei Google gefunden haben und den pitcht und da unterbringen kannst und da kriegst du 1,25 Dollar pro Wort, dann sind das schon mal 1.000 Dollar, also knapp 1.000 Euro, die du innerhalb von zwei Minuten mit dieser Geschichte und diesem Bot verdienen kannst. Und ich stelle dir wie gesagt insgesamt fünf solche Plattformen, solche Websites vor, die aktuell Freelancer suchen und du kannst eben diese Strategie nutzen, suchst dir die Themen raus, suchst dir heraus, was gerade interessant ist und welche Art von Texten dieses Magazin eben benötigt und suchst dann bei Google nach entsprechenden Texten, machst sie dir zu eigen, indem du den SpinBot benutzt und stellst das dann innerhalb einer E-Mail. Und sogar diesen E-Mail-Text habe ich schon für dich vorbereitet, den du individuell, je nach Magazin und je nach Thema des Artikels anpassen kannst. So könnte er zum Beispiel klingen. In dieser Mail möchte ich einen Artikel pitchen, den ich gern exklusiv und dann gibst du dir den Namen des Magazins ein, anbieten möchte. Es geht dabei um das aktuell trendende Thema. Hier gibst du dann grob das Thema ein, worum es bei diesem Artikel geht. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, ihre Leser auf dieses wichtige Thema in einem spannenden Artikel hinzuweisen. Hier ein kurzes Exposé, denn das ist das, was die Leute immer haben möchten. Nicht den gesamten Text, sondern eben nur einen kurzen Ausschnitt, worum es eigentlich geht. Und hier könntest du zum Beispiel den Einleitungstext des eigentlichen Artikels reinkopieren. Also zum Beispiel hier diesen ersten Bereich und dann hier in dein Dokument einfügen. Und schon hast du deine E-Mail fertig. Und auch hier musst du gar kein großartiges Englisch können, denn ein weiterer Bot hilft dir, das auch als eine feine, saubere, englischsprachige E-Mail zu optimieren und anzupassen, indem du diesen Text einfach rauskopierst und in einen weiteren Bot einfügst, namens deepl.com. Eine ebenfalls KI-gesteuerte Übersetzungssoftware. Hier gibst du deinen Text ein und der wird automatisiert in jede beliebige Sprache, die du hier oben auswählen kannst, übersetzt. Das kopierst du dir raus und schickst es dann an die jeweiligen Editoren des entsprechenden Magazins. So einfach funktioniert das Ganze. Und wenn du sowohl diese E-Mail-Vorlage haben möchtest, als auch sämtliche Kontaktadressen, die sogenannten Submission Guidelines für die Magazine, die ich dir vorstelle, und alles weitere, die E-Mail-Adressen derjenigen, die du anschreiben musst für die einzelnen Bereiche, dann schreib mir bitte jetzt in die Kommentare, ich will die Infos. Schreib mir jetzt unten in die Kommentare rein, ich will die Infos und du bekommst alles von mir. Die E-Mail-Vorlage, alle Informationen, alle Adressen und natürlich auch die Namen und Links zu den Magazinen, die ich dir jetzt noch vorstellen werde. Ich freue mich, wenn ihr dieser Methode eine Chance gebt. Neben dem Hakai-Magazin, bei dem ihr auch die entsprechenden Submission Guidelines von mir erhaltet, ist das zweite Medium, das ich am Anfang schon kurz genannt habe, Travel und Leisure, ebenfalls ein Online- und ein Printmagazin. Und da geht es eben um das Thema Reisen, um Holiday, also Urlaubsgeschenke, die Vorstellung einzelner Urlaubsmöglichkeiten, die 18 besten Dinge, die du in London machen kannst und so weiter. Da kannst du einfach rumschauen und gucken, welche Themen könnten da interessant sein, entweder selbst etwas schreiben oder eben mithilfe der Google- und SpinBot-Technik das Ganze dann einfach adaptieren, wenn du nicht so viel Zeit investieren möchtest. Das dritte Magazin ist Well and Good. Auch das zeigen euch andere YouTube-Kollegen garantiert nicht. Das ist ein Online-Magazin, was auch als Print erscheint und sich eben mit den Themen gesunde Haut beschäftigt, mit Fitnesstipps, mit Beziehungstipps, mit Einkaufstipps, mit einer ganzheitlichen Behandlung. Und du könntest auch eigenständige Texte verfassen, zum Beispiel, wenn du selber herausgefunden hast, wie es ist, ohne BH herumzulaufen. Auch das ist ein Thema, das du hier unter dem Punkt Brustgesundheit veröffentlichen könntest. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hauptsache cool, Hauptsache kreativ. Auch da kannst du mit dem SpinBot arbeiten. Und auch hier gibt es entsprechende Submission Guidelines, dass du genau weißt, an wen du deine Informationen pitchen musst. Und hier ist es so, dass ich aus gut unterrichteten Quellen weiß, dass Well and Good tatsächlich bis zu 2 Dollar pro Wort bezahlt, je nachdem wie gut dein Text ist und wie lang dein Text natürlich ist. Medium Nummer 4 ist das AARP-Magazin. Da geht es vor allem um das Thema Ernährung, Gesundheit und so weiter, also um medizinische Themen. Es kann um Senioren gehen, du kannst etwas zum Thema Heilmethoden und so weiter, Burnout etc. verfassen. Das sind also Dinge, die hier in diesem Bereich neben Workouts und Co. angesagt sind und interessant sind. Wie altert man vernünftig? Also nur, dass du grob weißt, worum geht es. Und schau dir das in Ruhe an. Schau dir auch hier die sogenannten Submission Guidelines an. Auch die habe ich dir verlinkt, damit du weißt, an wen du deine Informationen und deine Pitches schicken musst. Was für Themen es hier in diesem Bereich, in diesem Magazin gibt. Also da kannst du dich wirklich völlig frei auslassen. Und last but not least, Magazin Nummer 5 ist Popular Science, ein sehr, sehr etabliertes Magazin, wo es auch ein bisschen schwieriger ist, reinzukommen. Dafür bist du da auch mit mindestens einem Dollar pro Wort dabei, wenn du deinen Artikel hier als Freelancer unterbringst. Da geht es, wie der Name schon sagt, um alles aus dem Bereich der Technologie, um Lifehacks, um Gesundheitsthemenstellungen, um irgendwelche coolen Gadgets und so weiter, Weltraumforschung, Umwelt etc. Schau dir auch da in Ruhe an, was du da anbieten könntest. Verfasse deinen Text entweder selbst oder veröffentliche ihn mithilfe von SpinBot. Und auch hier gibt es entsprechende Guidelines, die habe ich dir verlinkt und du findest alles, was du wissen musst, um dich hier mit einem Artikel zu bewerben und hoffentlich damit Geld zu verdienen. Also es ist super, super einfach mit dieser Möglichkeit als Freelancer ohne Gewerbe Geld im Internet zu verdienen, mit Plattformen, die noch unverbraucht sind, wo nicht jeder YouTube-Kollege schon drüber berichtet hat. Also schau es dir ganz in Ruhe an. Wo findest du jetzt alle Informationen, wo findest du die E-Mail-Vorlage etc.? Ganz einfach unten in der Videobeschreibung, da habe ich dir übrigens ja auch nochmal den ersten Teil dieser Videoserie verlinkt, in 5 Minuten mit einem Bot 1000 Euro zu verdienen. Wenn du das hast, dann hast du insgesamt mit diesen 5 Magazinen aus diesem Video, mit diesen 3, die ich dort da vorgestellt habe, 8 Möglichkeiten, wo du deine Pitches anbringen kannst, um online Geld zu verdienen als absoluter Anfänger. Mit Hilfe dieses genialen Bots. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg. Viel Spaß und Erfolg wünsche ich dir natürlich auch mit der coolen Methode, die ich dir links im Video verlinkt habe. Wenn du also direkt weitermachen möchtest und online Geld verdienen willst mit einer sehr, sehr coolen Methode, schau da auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich. Also wir sehen uns gleich da im nächsten Video. Däher sagen bum. Ele istalnya St. internal口 sich real. gifted disse will jedes Finding Kotlダ. Sкра ist hier.